Ob beim Fahrradfahren, Campen, Angeln oder Joggen, mit dieser Stirnlampe haben Sie immer ein helles Köpfchen und absolute Bewegungsfreiheit. Spritzwasser geschützt und staubdicht ist die IPX 4000 Zoom der ideale Begleiter für jeden Outdoor-Spaß. Tragekomfort wird bei der ultraleichten Lampe groß geschrieben. Durch die Polsterung an der Stirn und das flexible Kopfband spüren Sie sie kaum. Die hochwertige 1 Watt LED leuchtet rund 50 Mal heller als eine normale LED und das bei einer extra langen Strahldauer von bis zu 12 Stunden pro Batteriesatz. Mit dem fokussierbaren Leuchtkegel haben Sie das Licht immer genau dort, wo Sie es gerade brauchen. Beim Lesen oder Reparieren wählen Sie den großen Leuchtkegel mit bis zu 15 Meter Leuchtweite. Und zur Orientierung in der Dunkelheit setzen Sie auf den schlanken Lichtkegel mit bis zu 60 Meter Reichweite. Dank der verschiedenen Helligkeitsstufen erreichen Sie immer eine optimale Ausleuchtung. Und mit dem Blinklicht machen Sie etwa beim Joggen perfekt auf sich aufmerksam. Robustes Design, höchste Lichtausbeute und lange Lebensdauer. Diese Lampe lässt Sie nicht im Stich. Also bestellen Sie jetzt. ! Die Lose Lange ist ein SchmMP-1-Dauer in den H